Sie haben eine Idee für ein Projekt. Damit aus Ihrer Idee Realität wird, arbeiten wir in der Gruner-Gruppe mit dem Modell der sieben Dimensionen des digitalen Planens. Zunächst prüfen wir alle Anforderungen, die Sie bezüglich Ihres Projektes an uns stellen, und erarbeiten die Planung, welche alle wesentlichen Schritte und Faktoren beinhaltet. Mithilfe der Anforderungsanalyse ist es uns im zweiten Schritt möglich, hieraus einzelne Module für die Gebäudetechnik zu konzipieren, beispielsweise aus den Bereichen Energieerzeugung, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Natürlich ist die Koordination aller benötigten Gewerke essentiell. Daher überprüfen wir unter anderem durch den Einsatz der BIM-Methode, ob die Module im Bereich von Architektur, Statik und Gebäudetechnik miteinander kompatibel sind. Die zeitnahe und kompetente Umsetzung aller Module hat für uns oberste Priorität. Durch strukturierte Terminplanung können Sie sich sicher sein, dass Realisierungsfristen Ihres Projektes eingehalten werden. Selbstverständlich müssen die Kosten des Baus transparent und belastbar geplant sein. Volle Kostenkontrolle ist das Stichwort. Intelligente Vorabanalysen und Kalkulationen gewähren bei jedem Gewerk die Sicherheit einer budgetgerechten Planung. Für jede Komponente gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Umsetzung. Wir vergleichen diverse Varianten eines Bauabschnittes, um Ihnen die für Ihr Projekt geeignetste Lösung anbieten zu können, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Faktoren und technischer Möglichkeiten. Abschließend werden alle gewonnenen Erkenntnisse und Realisierungsfaktoren zusammengefasst und nachvollziehbar sowie strukturiert dokumentiert, damit Investoren und Nutzer jederzeit auf alle wichtigen Daten Zugriff haben und diese über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes nutzen können. So arbeiten wir in der Gruner-Gruppe mit den sieben Dimensionen des digitalen Planens, um Ihr Gebäudetechnikprojekt zu realisieren. Das Modell unserer virtuellen Planung erlaubt es also maßgenau alle Gewerke vorab zu entwickeln, sie auf ihre Kompatibilität untereinander zu überprüfen und Termine klar zu strukturieren. Verschiedene Möglichkeiten der einzelnen Bauabschnitte werden berücksichtigt, während eine volle Kostenkontrolle erfolgt und jederzeit für eine umfassende Dokumentation des Prozesses gesorgt wird. So stellen wir sicher, dass aus Ihrer Idee mit den von uns geplanten Anlagen Schritt für Schritt Realität wird. deets, die einer neuen experiment, die in verbращenen Abisonation des Prozesses gesorgt wird. Die nen Ст fool leaden aus dem Prozesse 한 Vielen Dank.